Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Lektion. Wir haben jetzt unsere neuen Töne gelernt, C und D, gegriffene Töne auf der zweiten Seite. Und da kriegt ihr jetzt den ersten Song dazu. Es kommen die dritte Finger, erste Finger und natürlich auch die leere H-Seite. Also alles spielt sich auf der zweiten Seite ab. Vier Vorzähler, ein Zähler und dann geht es los. Ganz ruhig, halbe Noten, ganze Note startet es und dann kommen später noch Viertelnoten dazu, die Tam-Note. Achtung, Vier Einzähler. Drei, vier. D, zwei, drei, vier, C. C, C und E und Wiederholung. E, zwei, drei, vier. C, zwei, A, zwei. E, zwei, H, zwei. Und C, C und G. Sehr schön. Immer auf den Wechselschlag achten und einen schönen Ton erzeugen. Dann wird das gut und dann können wir gleich zur nächsten Lektion gehen. Und dann könnt ihr viel, viel kompliziertere Stücke spielen und schon einige Melodien, die ihr sicher auch kennt. Viel Spaß. B DM, BNDD-C, C4, C4. E, zwei, drei, vier. Und dann wird das gut unten in der Wechselschlag. BNDD-C, Dicht. BNDD-C, Dicht, Dicht. Untertitelung des ZDF, 2020